Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Final Podcast Episode 165. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Meine Güte, ich habe mich gefreut über What's in Your Pants. Natürlich freue ich mich auch darüber, denn das ist toll. Aber jetzt akut freue ich mich gerade über, wie klingt dein Tag? Immer am 8. möchte ich ja wissen, wie euer Tag klingt und bitte euch darum, dass ihr Geräusche aufnehmt, die so ein bisschen illustrieren, was ihr macht. Man muss ja nicht immer alles erzählen, man kann ja auch die Geräusche so auf sich wirken lassen. Das finde ich immer ganz spannend, wenn das klappt und da kommen immer ganz tolle Sachen bei raus. Und mangels Beteiligung wollte ich das Ding jetzt eigentlich schon langsam wieder einstampfen, weil jetzt im letzten Monat hat niemand außer mir mitgemacht. Ich weiß nicht, im Monat davor war es auch eher dünn, meine ich mich zu erinnern. Da habe ich dann irgendwie gesagt, dass es dauerhaft unter 10 bleiben würde, unter 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe ich schon fast befürchtet. Aber dass es dauerhaft unter 5 sein würden, das finde ich ein bisschen zu wenig. Also ich habe nicht viel Aufwand damit, aber muss ja nicht sein, im Zweifelsfall. Dann ist aber was passiert, was mich sehr gefreut hat, nämlich einmal kamen fantastische Geräusche von Daniel, vom Brombeerfalter, von seiner letzten Dienstreise. Das klang alles sehr plastisch für mich. Und dann hat Kiki auch teilgenommen. Kiki ist jemand, deren Blog ich schon seit locker 10 Jahren lese. Wir folgen uns seit Ewigkeiten bei Twitter und haben uns auch bei mehreren Gelegenheiten schon live getroffen und uns sehr, sehr nett unterhalten. Und die hat auf den Ankündigungsartikel zum Wie klingt dein Tag? Tag? bei Twitter geantwortet, dass ihr Tag wahrscheinlich voraussichtlich dazu klingen würde, 24 Stunden Hubschrauber über dem Haus und ab und zu das Pingen vom Zeichenpinsel am Glas zum Auswaschen. Und auf meine eher scherzhaft gemeinte Bemerkung, dass ich davon 30 Sekunden ja sehr gerne hören würde, hat sie dann tatsächlich heute, also gestern, gestern Abend, einen Blogartikel noch veröffentlicht mit genau diesen Geräuschen. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das sehr cool klang. Und das motiviert dann doch noch, die Aktion ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Mal gucken, ob sich das in Zukunft noch verbessern lässt. Mal sehen. Dann ist was passiert, was ich persönlich sehr witzig fand. Das war wahrscheinlich ein bisschen situationskomik, aber ich erzähle es mal. Vielleicht könnt ihr ja auch drüber schmunzeln. Und zwar habe ich ja schon mehrfach erzählt von einer Radstation hier in Husum. Ein Angebot von der Diakonie, wo Leute, die auf dem ersten Arbeitsmarkt jetzt nicht so große Chancen haben, in Arbeit kommen. Und da kann man also sein Fahrrad unterstellen lassen. Die übernehmen auch kleinere Reparaturen. Ich habe das erst tageweise immer mal gemacht. Und jetzt habe ich eine Jahreskarte, was super angenehm ist. Denn ich fahre jetzt wirklich nur noch mein Fahrrad rein. Und im Rausgehen rufe ich dem Kollegen zu, der da im Kabuff sitzt, wann ich das Fahrrad wiederhaben möchte. Der winkt und dann sind wir uns schon einig. Und dann steht das Fahrrad den ganzen Tag bewacht und sicher irgendwo in einer der Katakomben des Husumer Bahnhofs. Und jetzt war es so, dass ich irgendwann diese Woche ein bisschen warten musste, bis jemand kam. Und ich wollte nicht einfach weggehen, weil das könnte ich auch. Ich weiß ja, dass da immer jemand in der Nähe ist und dass da mit dem Fahrrad nichts passiert. Aber ich wollte halt zumindest Bescheid sagen, wann ich es wiederholen möchte. Und habe dann, während ich wartete, mal wieder ein bisschen was in die Trinkgelddose geschmissen. Und dann kam der Chef rein, der mein Fahrrad dann entgegennahm und so im Vorbeigehen sagte, hast du irgendwas in die Dose geschmissen? Ich sage, ja klar. Aber du hast doch einen Stellplatz. Ich sage, ja sicher. Und wieso schmeißt du denn was rein? Ja, sage ich, wegen Trinkgeld. Ab und zu kann man das ja mal machen. Ich sage, dann machst du das jeden Tag? Ich sage, nö. Und er antwortet, guckt mich an, antwortet, wie aus der Pistole geschossen. Kannst du ruhig. Solange Platz in der Dose ist, hau immer rein. Ja, also die haben auch noch Spaß bei der Arbeit. Das finde ich ja sehr, sehr großartig. Das ist ganz cool. Ja, und gestern war eigentlich, das war auch ein ganz, ganz angenehmer Tag eigentlich. Der Samstag, wir haben, also ich habe zweimal Siesta gemacht. Ich bin morgens um halb sieben unfreiwillig wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Und habe dann gedacht, na gut, okay, dann gehst du jetzt irgendwie mit dem Hund und machst irgendwie mal Frühstück und dann gucken wir mal. Und habe also nach der Hunderunde noch schnell Brötchen geholt und noch ein bisschen Käse eingekauft und was wir halt so brauchten. Und habe, weil meine Frau noch tief und fest schlief, dann eben alleine gefrühstückt. Und danach habe ich so gedacht, was machst du denn jetzt sinnvollerweise? Genau, gehst du mal ins Bett. Und habe dann noch gemütlich bis um elf weitergepennt. Und sie ist dann irgendwann aufgestanden und hat irgendwie rumgetüdelt und Sachen getan. Und als ich dann wach wurde, also elf, halb zwölf wird es gewesen sein, da habe ich dann auch schnell den Rasen gemäht. Mit dem Ziel, einerseits vor der Mittagstunde der Nachbarn fertig zu sein, damit die sich nicht gestört fühlen. Und andererseits wollte ich dann auch gleich den Grasschnitt wegbringen. Wir haben hier einen Betrieb in Husum im Gewerbegebiet, der das Zeug annimmt. Dann muss ich es nicht immer in die Biotonne tun, denn die wäre dann auch sehr schnell voll und wird vor allen Dingen nur alle zwei Wochen abgeholt. Das reicht nicht. Deswegen bringe ich es dann weg. Gut, das kostet dann 1,50 oder was pro Tüte. Das ist nicht so schlimm. Aber die machen vor allen Dingen Samstagstunden zwölf zu. Deswegen musste ich mich ein bisschen beeilen. Und als ich wieder da war. Warte mal, was war denn da? Da sind wir einkaufen gefahren. Das war noch ganz entspannt. Haben was gegessen. Und dann habe ich mich wieder hingelegt. Genau, das war super. Und dann sind wir so gegen, na, also war um halb sechs oder was, war ich dann wieder wach. Bin mit dem Hund unterwegs gewesen. Zwischendurch, also das könnt ihr alles so ein bisschen nachvollziehen am, wie klingt dein Tag, Tag von gestern. Was ich da alles wann gemacht habe, sozusagen. Und dann, genau, da habe ich erst, wie klingt dein Tag, hochgeladen. Und dann sind wir los nach Büsum. Wir haben noch zwei Freunde eingeladen und sind zum Auftakt der Sommertour gefahren. Denn in Büsum startet seit ein paar Jahren traditionell die Sommertour von NDR 1 Wille Nord und Schleswig-Holstein Magazin. Das ist so ein, ja, da sind irgendwie insgesamt acht Orte mit den beiden feststehenden Start- und Zielpunkten, wo wir dann eine Bühne aufbauen. Da gibt es dann so eine Stadtwette. Der NDR wettet gegen den Ort, dass sie es nicht schaffen, Aufgabe X zu lösen. Und abends ist dann irgendwie noch Live-Musik. Und da waren wir, weil Juli gespielt hat, die hatte ich ewig nicht gesehen. Und das war ein richtig, richtig schicker Abend. Das ist nämlich auch immer eine tolle Kulisse da. Die Bühne steht da direkt auf dem Deich. Da ist so eine Veranstaltungsfläche eingerichtet. Und da hat man einen tollen Blick aufs Wasser, beziehungsweise dann eben aufs Wattenmeer, je nachdem, wer gerade sichtbar ist. Und das war ein richtig schöner Abend. Und der für uns endete gegen 10 mit Beginn der Zugaben, weil wir gesagt haben, unser Parkplatz war zufällig sehr nah am Veranstaltungsgelände dran. Da haben wir echt Glück gehabt. Und da haben wir gesagt, ja, da wollen wir jetzt aber auch sehen, dass wir früh wegkommen. Einerseits wegen Müde und andererseits, wenn sich da mehrere tausend Leute in Bewegung setzen, dann möchte man auch schon möglichst aus dem Ort raus sein. Weil Büsum halt einfach so ein Touristenörtchen ist. Und für Touristen ist gefühlt jede Straße in Büsum eine Fußgängerzone. Das ist total irre, wo die überall mitten auf der Straße laufen. Und auch ganz, ganz frei von jedem Unrechtsbewusstsein einfach gemütlich entlang schlendern und sich irgendwie unterhalten. Und ja, wie gesagt, da wollten wir dann also sehen, dass wir rechtzeitig rauskommen. Und das hat auch ganz hervorragend geklappt. Und da waren wir so gegen, mit Freunden absetzen und alles hin und her, waren wir dann so um, Moment, da müssen wir früher losgekommen sein. Das fällt ja doch ein bisschen, also wir waren eine Stunde später zu Hause. So einfach ist es ja dann doch. Ja, das war im Wesentlichen das Entscheidende für diese Woche, was ich euch erzählen wollte. Und jetzt werde ich noch gemütlich den High-Alarm-Podcast vorbereiten, den wir am Dienstag aufnehmen. Der erscheint dann am 20. Am Mittwoch ist noch Nord-Süd-Gefälle-Aufzeichnung für den 15. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ich muss noch einen neuen Termin mit Tobi finden für What's in Your Pants. Weil an unserem eigentlich geplanten Aufzeichnungstermin, da muss ich jetzt doch arbeiten. Es wird ein bisschen eine stressige Arbeitswoche oder eigentlich, es werden stressige Wochen. Die nächsten zwei Wochen, da habe ich ziemlich zu rotieren. Das wird ganz schön haarig, auch von der Logistik her. Ich habe eine ziemlich lange To-Do-Liste und für viele Sachen steht bisher nur die Deadline und kein Punkt, wann ich das aufnehmen kann. Das hängt immer noch von anderen Leuten ab, die ich treffen soll und die sich im Zweifelsfall nicht zurückmelden. Das ist immer so ein bisschen schade, aber es hilft ja nichts. Und dann ist es auch langsam dran, so die Wacken-Vorbereitungen zu finalisieren. Unser Themenangebot müssen wir auch mal wegschicken und dann können wir da hoffentlich reichlich Bestellungen rein, damit wir dann auch was zu tun haben, wenn Wacken ist. Andererseits war es ja letztes Jahr ganz okay, da hatten wir relativ wenig zu tun. Klingelt dann natürlich nicht so doll in der Kasse, aber das gleicht sich ja aus durch den Freizeitwert. Wenn man dann Zeit hat, sich ein paar Konzerte anzugucken und sich einfach ein bisschen treiben zu lassen, hat natürlich auch irgendwie seinen Charme. Na gut, das soll es für den Moment gewesen sein. Nächste Woche hören wir uns planmäßig wieder. Ob es in der Woche draufklappt, weiß ich noch nicht, weil da einfach super duper viel auch am Wochenende zu tun ist. Aber das sehen wir dann. Jetzt erstmal wünsche ich euch eine fantastische Woche, einen hervorragenden Restsonntag. Macht's euch schön und bis bald. Macht's euch schön und bis bald.